Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian dem Wohnprinzen. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze in unserem fertigen Wohnzimmer. Ja, ihr wisst ja, dass wir unser Wohnzimmer verändert haben und darum geht es heute. Angefangen haben wir damals mit der Wandgestaltung, beziehungsweise haben wir so ein bisschen gemalert im Wohnzimmer geguckt, was könnte uns von der Farbe her gefallen und sind dann tatsächlich auch fündig geworden und haben dann erst mal gestrichen und uns unser Farbkonzept überlegt. Und bei diesem Farbkonzept ist Holger auf die Idee gekommen, so Palmenmuster, so ein Palmblattmuster auf die Wand frei Hand zu malen. Und da bin ich so mega glücklich mit. Das ist richtig, richtig toll geworden. Tja, dann brauchten wir so ein bisschen einen Bodenbelag, weil wir den Bodenbelag nicht wirklich toll finden. Das sind kalte Fliesen und wir dachten uns, okay, da muss was Großflächiges hin. Und dann sind wir bei Trendcarpet fündig geworden und haben so einen wunderschönen Teppich gefunden, der eigentlich gar nicht unsere erste Wahl war. Es sollte eigentlich einer sein, der so, ja, quasi einfarbig ist und kein Muster hat. Und dann sah ich diesen, weil der andere ausverkauft war und dachte, okay, schlag ihm mal Holger vor. Und Holger war sofort hin und weg davon, genauso wie ich. Ich liebe diesen Teppich und er ist jetzt quasi das Herzstück in unserem Wohnzimmer. Dann haben wir ja das neue Sofa bekommen und unseren alten Esstisch, beziehungsweise meinen alten Esstisch, auf jeden Fall behalten wollen. Da war es dann aber so, dass wir definitiv, ja, Stühle brauchten. Und ihr wisst ja, ich bin so dieser Glam-Liebhaber und auch so ein bisschen dieses Skandinavische. Finde ich auch teilweise schön. Da hatten Holger und ich aber das Problem, die perfekten Stühle zu finden und sind dann aber nach langer Recherche tatsächlich fündig geworden. Die Stühle haben wir online bei Manumöbel gefunden. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr weitere Informationen zu den Produkten haben möchtet. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter und zeige dir unser Ergebnis. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Es ist kein wirklicher Glam-Style. Das hat so ein bisschen Explorer. Ja, auch Glam. Aber irgendwie auch so Kolonialstil. Das ist irgendwie so ein Mix aus den verschiedensten Stilen, die selbst ich so noch nie miteinander kombiniert habe. Aber was soll ich sagen? Wir sind total glücklich. Mein Schatz sitzt jetzt gerade am Esstisch. Arbeitet da nämlich sehr, sehr gerne. Es ist irgendwie voll so unser Lieblingsplatz jetzt geworden. Man kann direkt raus auf die Terrasse gucken. Dazu gibt es übrigens jetzt auch bald unser Video. Unser Terrassenvideo etwas spät, aber es wird kommen. Ihr wisst ja, unser Leben in diesem Jahr ist irgendwie so turbulent. Es würde mich nicht wundern, wenn deins das auch ist. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dem auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und es duftet so wundervoll. Und wenn du wissen willst, wonach. Ihr wisst ja, ich verkaufe Raumdüfte. Das ist so genial. Eine saubere und sichere Alternative zu Raumdüften findest du unten verlinkt in der Infobox. Ich habe nämlich einen neuen Kanal geöffnet. Den solltest du dir unbedingt reinziehen bzw. abonnieren, wenn du da die Videos nicht verpassen willst. Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich schon aufs nächste Einrichtungsvideo. Das hat total Spaß gemacht. Ich habe mit Holger einen Partner an der Seite, der beim Einrichten und Renovieren und Gestalten genauso viel Leidenschaft und Herzblut reinsteckt. Das macht richtig Spaß. Wenn es dir Spaß gemacht hat, weißt ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Mein Gott, was man alles machen muss. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Wohnprinz Bastian. Ciao, ciao.